Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder ein Schleim-Video für euch. Und zwar werde ich zweimal fast identischen Schleim machen. Aber einmal benutze ich weißen Bastelkleber und einmal durchsichtigen. Das wird der einzige Unterschied bleiben, sonst kommen wirklich die gleichen Zutaten dazu. Ich habe hier so einen Glitzer-Mix, da sind ein paar Styropor-Kügelchen drin, so ein paar kleine Plastikelemente und auch sonst so ein bisschen Glitzer. So eine schöne Mischung, hauptsächlich rot, aber wirklich sehr, sehr hübsch. Dann habe ich hier blauen Glitzer, pinken Glitzer und ich werde gleich natürlich noch Kaiser-Natron- und Kontaktlinsenlösung dazugeben. Und dann bin ich sehr gespannt, wie die beiden Slimes nachher aussehen und natürlich auch, wie sie sich unterscheiden. Ich starte mit dem weißen Bastelkleber. Dann kommt ein Esslöffel von der Mischung dazu. Ein Esslöffel blauer Glitzer. Ein Esslöffel pinker Glitzer. Und dann rühre ich schon mal gut durch. Mega glitzernd auf jeden Fall. Dann ein bisschen Kaiser-Natron. Und Kontaktlinsenlösung. So, mein Slime ist schon fast fertig. Ja, der Rührstab ist leider auch mal wieder kaputt gegangen. Beziehungsweise ist es, glaube ich, tatsächlich der Erste, der mir kaputt gegangen ist. Aber der Slime ist schon ziemlich fest. Da kann das Ganze schon mal passieren. Und ihr seht, also, mein erster Slime ist fertig. Man sieht relativ wenig von der Deko. Ich fühle sie natürlich. Aber sehen tut man sie wirklich wenig. Den Glitzer sieht man natürlich in Pink und Blau. Die beiden dominanten Farben hier. Der Slime wirkt dadurch so ein bisschen violett. Und, ja, ich würde sagen, Nummer 1 ist damit fertig. Und weiter geht's mit dem durchsichtigen Kleber. Auch hierzu ein Löffel Deko. Ein Löffel blauer Glitzer. Einen Pink. Und dann rühre ich auch schon mal um. Ich bleibe jetzt einfach beim Löffel. Der weiße Schleim schleicht sich schon so langsam ins Bild. Ich gebe jetzt ein bisschen Kalsanatronne zu. Und auch wieder Kontaktlinsenlösung. Und auch Nummer 2 ist dann komplett fertig. Und jetzt geht's natürlich ans Vergleichen. So, hier auf der rechten Seite natürlich einmal der Slime mit dem weißen Bastelkleber. Und hier der andere. Muss ich natürlich sagen, dieser hier sehr, sehr hell. Dieser wirkt dagegen sehr dunkel, fast wie Galaxy Slime. Beide natürlich super glitzernd. Allerdings kommt der Glitzereffekt bei diesem hier noch viel deutlicher raus. Und man sieht sogar ein bisschen die Deko-Elemente, die bei diesem hier mehr verschwinden. Und der Glitzereffekt natürlich auch. Man sieht den Glitzer, aber er glitzert nicht. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Dieser hier natürlich auch durchs Rühren so ein bisschen undurchsichtig geworden. Also hier sind auch Luftbläschen drin. Aber trotzdem kommt der Glitzereffekt hier sehr, sehr schön raus. Muss übrigens noch ein bisschen mehr Kontaktlinsenlösung dran. Der klebt noch. Kontaktlinsenlösung und Kalsanatron habe ich ja nicht genau abgemessen. Aber vom Gefühl her würde ich fast sagen, dieser Slime hier ist etwas größer. Aber das kann natürlich auch ein bisschen Täuschung sein. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich könnte sie jetzt natürlich wiegen, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Beide gefallen mir auf jeden Fall gut, aber mein Favorit ist dieser hier. Einfach, weil er mehr glitzert. Richtig schönes Lila mit pinkem und hellblauem Glitzer drin. Also dieses Mal mein Favorit. Allerdings ist auch dieser wirklich schön geworden mit dem weißen Bastelkleber. Also natürlich auch eine gute Möglichkeit. Aber für Glitzer Slime, wie gesagt. Das hier mein Favorit. Und jetzt natürlich die Frage an euch. Welcher von den beiden gefällt euch besser? Der durchsichtige oder der weiße? Schreibt es unten in die Kommentare und stimmt natürlich auch ab. Ich bin schon super gespannt, das Ganze zu lesen. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Experiment und dieses Video gefallen und Spaß gemacht. Das ist Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, den Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren.